so ja dann verfolgen wir den mal kurz leise, rechts kannst du Power anmachen und links dann dem Turm beitreten ok ich hab ihn wieder auf dem Schirm, ach ist das Cry Astro hier? ja ok dann müssen wir ihn schon getroffen haben schalten wir wieder auf weil ich hab ihn gerade nicht drin, jetzt hab ich ihn drin, erst mal näher ran, näher ran sc bokeh langsam langsam langsam, ach wo hab ich denn in den Turm hier? längs, ganz längs, der leckt aber auch der jung, ne? ah ok witzig also Konsolenspiel hier, ne? auch nicht schlecht ok wir sind gleich auf, ne wir sind nicht gleich auf, ne bist du im Turret-Trennung? ja ja ok der dreht bei, er hat aufgeladen er hat aufgeladen, sonst würde er nicht beiziehen ups, ist er wieder weggeleckt ja wir sind so schnell, der trifft uns niemand äh ich hab ihn verloren er ist äh 10 km, 8000 m, ja ich seh's oh alter aber ich hab hier gar keine, gar keine nur treffen müssen sie er hat ja gar keine Displays hier, ne? die treffen wir nicht flieg bitte nicht in die Astro rein, ja? nein, er hat auf 24 km Abstand inzwischen na klar er kommt dabei, er dreht wieder bei, so wie das aussieht er leidt wahrscheinlich gerade auch und dann... ja, versucht euch, dann muss er nur schnell genug sein wir sind bei 700 m pro Sekunde, ich lache dabei ein versuch, wenn ihm... er muss nur dann paar Raketen abschießen bevor er an und vorbei zischt das waren 800 IOC Schuss, alter jetzt ist er... ne, jetzt ist er wieder da die Rakete hat nicht gezündet, keine Energie... doch hat gezündet wenn ich hier wenigstens sehen würde, wenn ich wenigstens für den Ding es hätte ja, da... fliegt nur die Kappel vorbei so kriegst du den nicht das ist 13 km weg, wir haben aber noch einen Kontakt ich hab ja nicht mal einen... beschossen ja, noch einen Kontakt gehen wir auf den drauf hier, halt ich glaub vor dir ja, das ist ein MPC Art Batiste hallo ah, ist da unten Spash ist noch einer Buccaneer Pirate, aufgeschaltet 1200 yes das Faber ist weg äh, lassen wir ihn ziehen Pocaneer down also ich ne Intel Optane, Intel Hornet äh, Name ist... nicht zu sehen... Kurte Abilson ok die Eventual Front erst schon habe wir sind aufgestaltet ok, ist abgewehrt gegen was noch mal gelegt oh Fox 2 hinter uns Hornet Fox 2 mhm das ist ein MPC, Alter ja ich hab noch nie einen Hornet MPC gesehen, aber die Hornet ist so squishy geworden, im Ernst oh immer schön in den Feuerschlüssel schließen, nicht auf eurem MPC ja ja, ich muss... aber wenn ich sie gerade... wenn ich gerade drauf bin... oh, wenn sie nicht mal gerade lag... 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 wenn das Bug... ist erwischt jetzt ist er weg jetzt ist er wieder da hier ist ein Habe vor uns steht hey vor uns oh das... das... müsste down sein, oder? Constellation Andromeda, Redcon, seid ihr das? negativ nein nee äh... geh mal hin, ich hab sie nicht Holiday und irgendwas sagt er mir Saber Raven 21 Kilometer näher kommt wo ist die Conny? äh... der Teuren wird mir da angezeigt ansonsten... wer ist von euch in der Conny? der Transfer ist die Conny ballert sie weg ich seh... ich hab ihn nicht bei mir wird nämlich Dolrym und sonst wer da reingezeigt das ist aber die Conny, das ist diese... äh... diese L600 der Transfer, okay der Transfer, das ist aber... das ist ein Spieler ich hab ein Anzeige-Bug er hat die 690 aufgezeichnet aber... sind halt die beiden boah... boah... er springt, er ist weggesprungen Damon, den verfolgen wir verfolgen ok, verfolgen wir aufgenommen haben kalibriert sprengt wenn bereit ja, dann los wir sind nicht mitgezogen naja, ich sag, du sprengt wenn bereit, weil ich zu langsam war ja ich stehe nur ein bisschen auf der Hex rum ok, gesprungen und wenn wir ihn in der Atmosphäre verschießen müssen äh? ich hatte das noch sicher als Gunship halt beweist, ne? 10km wo ist er denn, der Drecksau? hier, ich hab ihn äh, kannst du den rechten Sitz, Männer? rechten Sitz warte oh, ist wieder gesprungen ist wieder gesprungen ja, hinterher hurry up kalibriere bereit machen für Gefecht, wir springen wo ist er hingeflogen? welches OM? ich hab keine Ahnung, wird mir nicht angezeigt na gut, die anderen sehen ja, wo wir sind ist das Carrier? ist das Carrier? Cobalex so, jetzt muss ich nur noch beidrehen, dass ich ihn noch treffen kann äh ich krieg ihn nicht mehr auf dem Schirm ich glaub, er ist geplatzt dann lass uns mal hier den mitnehmen kurz hier den, äh, Oleg Oleg Oleg, gönn dir, Ben gönn dir nicht mehr nimm Nimm Strife mal ein bisschen durch, aber das sieht halt nicht so toll aus bei der Katniss Wir kriegen dauernd Stress, denn du musst ein bisschen strafen Ich tue strafen, aber die Karte ist halt am Ende Ja, das ist ein Avenger Stalker Und noch ein Redcon, die... Ja, der Boki, der Boki Alles klar, ich habe den Boki aufgeschaltet Er guckt da aber blöd, Alter Boah, lag Lag, Alter, das ist doch der mit seiner scheiß Raven Ja, ja, ja Out of range Ja, bestätige Dich kriegen wir auch noch irgendwann Boki Ja, der dreht gleich wieder bei Der macht jetzt seine EMP wieder auf Ja Wir striven noch nie mehr rum Ah ja, pass auf, nee, nee Alter, boah, lag oben, lag unten Er lag, er lädt Ja, jetzt sind wir ausgeschaltet Nee, wir sind ausgeschaltet, oder? Nee, er hat ihn gezündet Ja, komm, versuch doch mal eine Karte zu rammen Mal gucken, was mit deiner kleinen Raid passiert Oh, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht Die ist stabil, die ist stabil Ich habe eine Karte schon kaputt gerammt Er lädt, er lädt, er lädt Ja, kann er ja, der muss halt ein bisschen Auf Abstand bleiben und dennoch Ich kann nicht mehr schießen Oh, ich habe ihn so schön drinnen Ich kann nicht schießen Jetzt Schildisch halten Ja, macht nix, macht nix Oh, lag Das war jetzt mega lag, sonst hätte ich ihn gekriegt Ich kann ihn nicht aufschalten Ich schon Verstärkung ist da Ich kann ihn nicht mehr treffen Ich musste ein bisschen beidrehen, dass ich ihn treffen kann Oh, das war zu nah Jetzt bin ich ausgeschaltet Cutlass ist off Du musst anschalten, ne, du musst anschalten Ja, mach ich gerade Alles klar Bin wieder online Beschleunige Hör auf zu schießen, nicht schießen Ich brauche die Enne, geh auf die Trieblecke Du darfst nicht schießen, okay Wenn die gerade erst hochfährt, lädt die Schilde hoch Und wenn du dann anfängst zu schießen, dich versuchst wegzuziehen Ja, umdrehen, 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 umdrehen Schilde sind nicht geladen Weiß ich, aber umdrehen Er ist nicht mehr auf dem Schirm Er ist irgendwo bei uns Flieg mal wieder zurück Gib mal Energie vorne auf die Schilde, schnell Gut, Schilde wieder oben Also wenn du kein, wenn du kein Radar hast für die Feinde, weißt du echt nicht, wo du gucken sollst, wo die sind Ja, mit dem 2D-Radar kannst du voll vergessen Also ich sehe, ich sehe gar nichts Ich habe ja nichts, ich kann kein Pip, nichts Ne, ich finde das eine Säure von CRG, dass die manche 2D-Radar geben Absolut unrealistisch Es ist absolut unrealistisch, es macht absolut keinen Sinn Ja, lass uns oben diesen Martin irgendwas kalt machen Wo ist der? In der Stalker oder was? Äh, unterhalb, ich weiß nicht wo der drin ist Jetzt kann ich nicht sagen, das kriege ich nicht angezeigt Martin Smallow, swallow my dick Das war's Warte Ja, der Boki ist wieder weggesprungen, das ist wahrscheinlich Ja, ich habe hier aber noch, achso, das ist Mercy Ich habe leider nichts drin, oder? Warte Das Problem halt mit dem Tundak Cut, das ist Antler Repeater, die saugen nicht auf den Lern Das ist alle Male Ja, du musst die M6A Laser drauf machen, die sind pervers Die haben eine kleinere Kadenz, also eine schlechtere Kadenz, aber die... Hört machen sich immer schon Wer ist da? Okay, Mercy ist da Die Saver ist schon lange weg Ich meine, wie gerade nicht funktioniert Der hat den EMP aber auch nur für den Sprung benutzt Hoppala Ja, sorry Dollar, man ist gerade ein bisschen fahrt Ja, kann ich nicht so Sonst setzt sich wieder einen vorderen Turm ran Cutlass ist down Ich habe noch was drauf auf dem Schirm Ja, das ist ein Bokanier Das ist ein Pirat Sehe ich nur gerade nicht Das ist ein Bensel Okay Ah, ich spreng Richtung Cryostro Ja, machen wir Cryostro Interaction Echt? Das ist gut Warte, dann lass uns mal gucken was Jump Waren wir eine Caterpillar hier näher? Ne Wahrscheinlich nur eine Conny Wir haben gar nichts hier irgendwie, oder? Das ist gar nichts Doch eine Caterpillar, 30 Kilometer Sollen wir uns die schnappen? Ja, die würde ich dann mitnehmen Sowieso Crime-Starts Ah, den können wir nicht mitnehmen Das ist ein Jude, Bennett, Goldblum Oh, die sind 14.000 Kilometer weit weg Den dürfen wir nicht mitnehmen Warum? Weil das ist ein Jude, das ist Goldblum Das ist ein jüdischer Name Wir sind Deutsche, wir dürfen den nicht überfallen Ja 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 So was Sind wir da, ne? Bist du in der Nähe? Hast du die dich aufgestellt? Doch, jetzt sehe ich ihn Ich geh mal raus aus dem Turm Ui, hier blinkt ja alles rot Ja Das ist normal Das ist normal Und er steht Ich glaube, er steht Ja, ja, ich geh raus Wo? Links oder rechts raus? Warte, ich gucke erst, ob der auch wirklich steht Ne, kannst vergessen, der steht nicht Also, ja, ich sehe sie nicht Flieg doch mal daneben Der, der, der bewegt sich zu schnell Bewegt sich mit ungefähr 10 Meter pro Sekunden Das schaffst du nicht, der Mann Ich sehe sie trotzdem noch nicht Auf der rechten Seite Auf der rechten Säule Er ist gerade übrigens durchgeflogen Da Flieg mal hier ran Die bewegt sich, da kommst du niemals ran Meinst du nicht, dass das geht? Naja, der bewegt sich mit Ja locker mehr als 10 Meter pro Sekunden Aber der schiebt sich nicht Du bist schon Du bist schon Natürlich Du bist doch 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 Nicht 6 Monate springend nach Säule Oh, er schießt aber Alles klar Dann weg Dann weg Dann 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 Abo Dann Sonst Auf wen schieße, Achso schießt's kaputt oder was? Ja Aber diese lags auf dem Server gehen ja heart auf mich ich glaube das Spiel ist abgeschissen noch, noch daddelt vor sich hin kannst du dich bewegen mit dem Schiff hier? nein, das Spiel ist eingefroren wir sollten uns einen anderen Server suchen also bei mir läuft der Einwand frei bei mir läuft es auch einigermaßen übernimmt schnell das Schiff bist du rausgestiegen? nein, ich habe eingefroren im Bildschirm jetzt ok, ich gehe mal aus dem Turm raus ja, und da ist es weg ok, ich kann nicht mehr aus dem Turm raus doch, jetzt von vorne, von hinten von vorne ja, du sitzt aber jetzt noch auf dem Pilotensitz vielleicht kann ich mich ja wieder einloggen oh du fliegst aber Capriolen, du kann ich das Ding jetzt steuern hier von da ne, geht nicht eine Hornet ist bei Carrier Carrier Herr Roboter muss ich mir das bedeuten? ja, hol den stimmt oh, das wollte ich eigentlich nicht ok, ich kann resumen das ist so gut, der Ton bei dir ist oben ja wie geht es eigentlich mit der Drehgeschwindigkeit oder ist das hier scheiße? Drehgeschwindigkeit geht, das ist eigentlich das Problem verwirrend wird es halt nur, wenn du halt keinen Pip hast oder sowas aber äh du hast Pip auch keinen? nein, ich habe gar nichts der schießt auf uns äh erster Weltkriegster df oder irgendwo schießt auf uns so ne Mustang hey, woher? Christian, halt, hat sich reingeschickt ach, weil bei euch steht da was anderes da ne, Cutlass Cutlass Front, oder was? ah, bist du wieder drin? warte, er lädt noch Delia, Conny alter Willst du mir mal helfen? ah, ich stehe schon drauf ah, ist auch weg Ja, ich bin wieder da ja, ich wollte gerade sagen irgendwas hat sich gerade mega gedreht so, einmal 3 Astro, oder? ja, würde ich ja so sehen wie spät ist denn? bei 1, ja, dann kannst du mich eigentlich auf der Hex absetzen alles klar